Ciao und buon giorno aus Italien von meiner Workation hier. Und auch wenn es hier, ich sag mal, ich etwas südlicher bin und es hier sehr warm ist, kriegst du natürlich trotzdem deine wöchentliche Episode zum Thema, wie du mit Stress umgehen kannst. Und heute geht es um das Thema, wie kannst du damit umgehen, wenn du in allen Dingen einen Wettkampf siehst? Wie kannst du vielleicht etwas einfach mal zur Entspannung tun? Kleiner Spoiler, ich konnte das ewig nicht bis zu meinem Burnout. Also wenn du kannst, lern es vorher ohne diese schmerzhafte Erfahrung. Und zudem gehen wir darauf ein, alles im Leben ist für manche Menschen ein Wettkampf und vor allem ein Vergleich, wenn du deshalb manchmal nur Option B oder gar sogar Option C bist, aber nicht Option A. Was du da tun kannst und wie du damit umgehen kannst, das erfährst du heute. Also legen wir direkt los. Ich freue mich schon. Kopfsache, dein Podcast rund um mentale Gesundheit, wo du lernst, erfolgreich mit Stress umzugehen. Hast du dich auch schon mal geärgert, weil du etwas ganz Tolles vorbereitet hast, sondern Menschen einfach nicht erschienen sind, weil du vielleicht Option B oder C warst, aber einfach nicht Option A? Ja, letzte Woche war ich mit Michel und Alex essen bzw. frühstücken. Und Michel kennst du schon aus der Episode im Januar. Er wurde überfahren, liegen gelassen und war dann im Koma. Du kämpfst dich seitdem Schritt für Schritt ins Leben zurück. Und falls du die Episode noch nicht kennst, hör auf jeden Fall rein. Denn wir hatten ein wirklich interessantes Gespräch. Es ging darum, dass sie zu einem Geburtstag eingeladen sind. Und klar, das Geburtstagskind hat sich super viel überlegt und vorbereitet und organisiert. Und genau so, boah, ich habe mich da sowas von an meinen Geburtstag erinnert gefühlt. Und das ist, wenn ich mir ganz viel Mühe gebe und sogar die Menschen frage, kommt hier, kommt hier nicht, es immer noch kurzfristige Absagen gibt. Und nochmal, es heißt jetzt nicht, dass wenn ich krank bin oder einen Unfall hatte, dass ich dann nicht erscheinen kann. Ja, das ist logisch. Aber ich erinnere mich zum Beispiel an meinen Geburtstag dran. Da gab es Menschen, die mussten, also ich habe eingeladen und dann wurde erst mal gefragt, warum musst du denn da schon Bescheid wissen? Ich kann das doch spontan entscheiden, wo ich mir denke, ich miete eine Location. Ich muss vorher für das Essen bezahlen, je nachdem, wie viele Menschen wir sind. Nein, es gibt kein, ich entscheide mich dann halt an dem Tag, so wie ich gerade Lust habe. Sondern es ist ein Ja, du bist mir wichtig, gern feiere ich mit dir. Oder nein, du bist keine Priorität für mich. Ich habe keine Zeit. Ich komme nicht. Beides ist in Ordnung. Beides ist eine klare Entscheidung, eine klare Antwort. Übrigens auch hier kannst du die Episode davor anhören. Das müsste Episode 91 oder 92 sein zum Thema Entscheidungen treffen. Denn andere hängen lassen ist richtig fies. Aber warum machen wir das überhaupt? Warum und mit wir meine ich jetzt die Menschheit. Warum versuchen wir uns alle Optionen offen zu halten? Es könnte ja noch was Besseres kommen. Es könnte ja noch was Schöneres passieren. Nein, das zeigt einfach, dass wir nicht glauben, dass die Person, mit der wir jetzt Zeit verbringen oder mit der wir feiern würden, dass die Person für uns keine Priorität ist. Und irgendwie habe ich in den letzten Monaten und Jahren das Gefühl, dass das immer mehr wird, immer mehr wird. Denn wir müssen ja immer das Beste erleben. Wir müssen immer das Schönste erleben. Wir müssen immer das Maximum haben. Auch wenn es vielleicht auf Insta nur so aussieht, doch auf jeden Fall muss es wenigstens richtig gut aussehen und darf nicht nur ein langweiliger, in Anführungszeichen, weil meine Party war richtig gut, in Anführungszeichen ein langweiliger 30. Geburtstag sein. Aber woher kommt das? Wie kann das sein, dass wir uns so bemessen, egal ob bewusst oder unterbewusst? Und wenn ich auch auf Social Media schaue, was genau damit reinspielt, so krass, ist das Thema Reisen. Wenn ich sehe, wie Menschen reisen, dann ist das nicht so, dass sie dorthin gehen, die Kultur kennenlernen wollen. Und wie gesagt, ich pauschalisiere hier jetzt bewusst. Mir ist klar, dass es nicht auf jede Person zutrifft. Und dass viele, viele auf jeden Fall reisen und ein oder ja nicht nur eins, sondern die ganze Zeit ein neues Land besuchen und dann lieber sagen, boah, ich habe schon 44 Länder von meiner Liste. Oh was, ich habe schon 57 abgehakt. Wo ich mir denke, ist das ein Wettbewerb? Muss ich mich mit anderen vergleichen, wenn ich reise? Also wo sind wir hingekommen, wenn wir uns sogar beim Reisen bemessen mit anderen vergleichen? Warum interessiert uns nicht die Kultur? Also überlegt mal, wichtiger als, dass wir die Kultur kennenlernen, nicht nur die Touri-Hotspots, sondern wirklich die Kultur, dass wir uns Zeit dafür nehmen und die Menschen kennenlernen, uns das Ganze in Ruhe anschauen. Wichtiger als das ist uns, dass wir schnell viele Länder abhacken können. Und dann gibt es so Diskussionen, zählt eine Kreuzfahrt zu, wenn ich irgendwie jeden Tag in einem anderen Land bin, für einen Tagesausflug, zählt das schon oder nicht? Und klar, ich kenne sie auch, diese Weltkarten, wo man abkratzen kann, wo man schon alles gewesen ist. Und es sieht natürlich cool aus, wenn die bunt wird. Nur gleichzeitig denke ich mir, ist das wirklich das Ziel im Leben, dass wir sagen können, boah, also ich war schon in 13 Ländern mehr als du und in sieben mehr als du. Wirklich? Brauchen wir den Wettkampfgeist so krass darin? Und ich bin ganz ehrlich, ich habe jetzt noch nicht die finale Lösung. Nur was ich einfach so wahnsinnig interessant finde, ist, dass dieser Wettkampf, dieses Vergleichen im Privaten extrem zugenommen hat, soll heißen, wenn es um den Urlaub geht zum Beispiel, um die Freizeitaktivitäten. Ich kann doch heute nicht schon zu einem Geburtstag in vier Wochen zusagen, weil vielleicht passiert da noch was Besseres, was Cooleres. Dieses Vergleichen hat extrem zugenommen, aber, oder auch dieses Kräftemessen und Gas geben und Interesse haben, wirklich der oder die Beste zu sein. Aber im wirtschaftlichen, im beruflichen, im Business-Sinne hat das irgendwie großteils abgenommen. Habe ich das Gefühl, wichtig, habe ich das Gefühl, ich habe das mal um mich herum beobachtet und höre immer mehr, wie ich sage, ja, oder wie Menschen sagen, ja, ich mache Dienst nach Vorschrift und that's it, ja, also ich schöpfe hier nicht meine volle Leistung aus, sondern ich mache das bare minimum oder bare maximum, also alles, was so gerade sein muss, das mache ich und alles andere interessiert mich nicht. Aber im Privaten, da messe ich mich überall und bin überall am Start und muss überall die Beste sein. Wir hatten dann auch, es war echt cool beim Frühstück, es war so ein Gespräch, das hätte ich am liebsten gleich mit aufgenommen, weil wir dann auch besprochen haben, wir sind dann auf das Thema Hobbys gekommen, sei es jetzt musizieren, Klavier spielen, reiten, Tischtennis oder auch Fußball, Tennis, was ganz anderes. Und dann kam die Frage auf, warum muss ich ein Hobby haben und da dann zum Wettkampf fahren? Und ich so, okay, interessante Frage, warum nicht ist die Frage? Ja, und er hat das wirklich mal so provoziert und gesagt, warum kann man nicht einfach nur ein Hobby haben? Warum muss man da zum Wettkampf fahren? Und ganz ehrlich, ich bin auch die Person, wenn ich ein Hobby habe, dann mache ich das wahnsinnig gern als Wettkampf. Wenn ich, keine Ahnung, wenn ich jetzt im Tischtennis bin, spiele ich gern Turniere, spiele ich gern Spiele. Mache ich gern bei Wettkämpfen mit, logisch, ja. Ja, also warum nicht? Und die Frage gilt ja für alle. Wenn er mir das mit Tischtennis stellt, kann ich das auch sagen, warum spielen Fußballer Turniere? Warum gehen Reiter auf Turniere? Warum gehen Schwimmer auf Wettkämpfe? Warum sind vielleicht Klavierspieler auf Wettkämpfen oder Vorspielen? Warum? Das gilt ja überall. Und die Frage fand ich provokant, positiv provokant. Denn die Gegenantwort ist, ich mache ein Hobby und habe kein Ziel. Dann musste ich selber nochmal so überlegen, denn gerade beim Reiten geht es mir ähnlich. Soll heißen, beim Reiten gehe ich nicht auf Turniere. Einfach nur, weil ich mir denke, man muss wahnsinnig viel mit den Tieren rumfahren und es gibt Pferde, die stecken das super weg, denen macht das Spaß. Aber ich bin jetzt nicht der Mensch, dass ich, ich meine, du musst halt echt jedes Mal Hänger haben, Hänger packen, wohin fahren, vorbereiten, einräumen, ausräumen. Dann brauchst du Hilfe, Unterstützung, die mitfährt und so weiter. Das ist logistisch ein wahnsinnig großer Aufwand. Was nicht heißt, dass ich das nicht könnte, aber das möchte ich einfach nicht. Und das ist genau der Punkt. Ich habe angefangen, Hobbys zu haben ohne Wettkampf. Und das war etwas, was ich vor meinem Burnout echt sehr, sehr, wo ich große Schwierigkeiten mit hatte. Denn ich fand es immer spannend, sich zu vergleichen und zu messen und mit anzugucken und darauf einzugehen. Wie machen das andere? Wie kann das ich machen? Wie kann ich noch besser werden? Wie kann ich auf dem Treppchen stehen? Ja, warum? Weil ich mir meines Selbstwerts noch nicht so bewusst war. Jetzt Achtung, bevor da voreilige Schlüsse gezogen werden. Ich sage nicht, dass Menschen, die viel auf Turniere oder Wettkämpfe gehen, dass die keinen Selbstwert oder Selbstwertgefühl haben. Das meine ich damit nicht. Was ich aber meine ist, dass Menschen, je geringer das Selbstwertgefühl ist, zum Beispiel auch viel mehr auf Social Media posten, weil sie von den Likes zehren, statt von den echten sozialen Austauschgegebenheiten. Und auch zum Beispiel oftmals mehr auf Wettkämpfe fahren. Natürlich trifft das auch nicht auf alle zu. Denn es gibt Menschen, die sind sich sehr unsicher, die sagen dann, oh nee, ich will nicht noch freiwillig in so eine Drucksituation kommen. Doch gleichzeitig gibt es auch Menschen, die sagen, ja, genau das finde ich gut. Da kann ich mich messen, da kann ich zeigen, guck, ich bin die Beste, ich bin der Beste, ich kann das besser. Und früher habe ich alles mit Wettkampfgeist gemacht, also wirklich alles. Und noch heute, wenn ich zum Beispiel ein Brettspiel spiele oder so, was ich gar nicht leiden kann, ist, wenn jemand spielt, um zu spielen. Das ist für mich wirklich die persönliche Hölle. Was ich mag, ist gegen jemanden zu spielen, der spielt, um zu gewinnen. Denn ich spiele auch, um zu gewinnen und nicht einfach nur, um zu spielen. Da, also das treibt mich in den Wahnsinn, da fehlt mir absolut der Ansporn. Und dann habe ich schon gar keine Lust, gegen die andere Person zu spielen, weil ich mir denke, naja, der ist ja eh egal, ob sie gewinnt oder verliert. Dadurch können wir gar kein gutes Spiel haben. Also das ist bei mir die Situation. Und mittlerweile habe ich aber gelernt, einige Dinge zu tun, die eben nicht voll im Wettkampfgeist sind, die eben nicht immer nach Bemessen und Vergleichen sind. Und es gibt noch was, wo ich sage, ja, da habe ich richtig Bock drauf, das genieße ich, dass ich mich da vergleichen kann. Und austauschen kann und mich bemessen kann. Das macht schon Spaß. Also ich sage, ich bin ein, wie sagt man das auf Deutsch, competitive person. Also eine wettbewerbserfreute oder wettbewerbsoffene Person. Ich mag das. Ich bin gern die Beste, ja. Aber, und jetzt kommt ein ganz, ganz, ganz großes Aber. Ich habe auch gelernt, wie es ist, Dinge einfach nur so zu tun. Ich habe das gelernt. Und ich sage nicht, dass es mein Favorite ist. Manchmal, aber tatsächlich schon. Denn das entspannt, weil dann mache ich auf einmal nicht die Sache, um zu gewinnen, sondern dann mache ich die Sache, um zu entspannen, um die Gedanken kreisen zu lassen, um abzuschalten und um einfach auszuruhen. Und genau das fehlt mir, wenn ich so viele jetzt gerade, ich bin selbst in Italien, ich bin selber auf einer Workation hier. Wenn ich das bei anderen sehe, dass sie auch reisend sind, denke ich mir erst mal, hey, cool. Wenn ich dann aber sehe, es geht nur um den Wettkampf. Wie viele Länder kann ich abhaken? Wo war ich vor dir? Wo war ich vor allen auf Insta? Wie kann ich dann etwas genießen? Wie kannst du das wirklich genießen? Denn genau darum geht es. Ich bin früher auch manchmal mit Menschen verreist, die nicht genießen konnten und die nur für Insta gelebt haben. Und dann war das wirklich ein, okay, wir steigen aus dem Wohnmobil aus, schauen uns hier von mir aus den Fox Glacier oder Milford Sound an oder was auch immer. Fahren raus, Foto rein, zack, weiter. Wirklich. Und ich übertreibe jetzt nicht, die Stopps waren teilweise zwei, drei Minuten lang. War wirklich ein Aussteigen, Foto machen, Einsteigen. Und ich, ich bin ein Mensch, ich genieße das. Ich möchte das wirklich auftanken. Ich muss dann oder ich, was mir hilft ist, einmal die Augen schließen, tief einatmen, ausatmen, einfach relaxen. Wenn ich die Augen wieder aufmache, dann habe ich das wie so ein inneres Foto in meiner Erinnerung abgespeichert. Und dann kann ich genau von diesem Moment zehren. Das heißt, ich achte darauf, dass ich aktiv im Hier und Jetzt bin. Ich bin also jetzt wirklich komplett hier. Und nicht, dass ich irgendwie im Kopf schon beim Morgen bin oder übermorgen, hey, denn das ist das Schlimmste. Wenn ich denke, okay, jetzt einsteigen, weil wir müssen zum nächsten Spot. Wir müssen da hin. Ich muss da ein Foto machen. Dann war ich körperlich zwar wo anwesend, geistig aber nie. Und weißt du, was uns geistig entspannt oder uns geistige Kraft gibt, mentale Kraft gibt? Ist, wenn wir von den Erlebnissen zehren können. Also, falls du vielleicht bist, ich war früher auch so, jetzt beim Reisen nicht, aber eben im Sport immer so zack, zack, schnell, Wettkampf hier und da. Überleg doch gerade mal für dich, wann kannst du das nächste Mal einfach Dinge genießen? Denn weißt du, was ich früher absolut geglaubt habe? Ist, dass jemand, der viel von der Welt gesehen ist, der viel gereist ist, dass dieser Mensch sehr gebildet und sehr sozial fähig ist, mit den verschiedensten Menschen zu interagieren, von dem, was er alle schon auf der Welt erlebt hat. Doch mittlerweile habe ich festgestellt, das stimmt nicht. Ich kenne viele Menschen, die haben schon weitaus mehr Länder als ich abgehackt auf dieser Welt. Doch ich würde überhaupt nicht sagen, dass diese Person in irgendeiner Form persönlich weiterentwickelt als ich ist oder überhaupt sich weit persönlich entwickelt hat. Also, wenn man früher noch gesagt hat, ja, der hat viel gesehen, ist viel rumgekommen, hat dadurch viel erlebt. Okay, verstehe ich. Heutzutage habe ich festgestellt, dass das leider gar nicht mehr so gilt. Also, viel wichtiger als rasant A und B und C abzuhaken, ist eben meine Frage an dich. Was kannst du machen, dass du, und ich finde Wettbewerb immer noch cool, ich liebe es, ich mache das total gern und es wird auch immer ein Teil von mir sein. Nur daraus ziehe ich nicht allein meine Kraft. Es gibt viele Momente, die ich einfach genossen habe, von denen ich zehren kann, Erinnerungen, die ich mir aufgebaut habe. Da gibt es doch von Sido dieses Lied in einem Fotoalbum mit einem silbernen Knopf. Bewach diese, nee, mit einem, ja, du weißt, was ich meine, oh, peinlicher Moment. Ja, aber auf jeden Fall sagt er, diese ganzen Erinnerungen sind in einem Fotoalbum mit einem silbernen Knopf. Und die sind alle im Kopf gespeichert. Und genau darum geht es. Wo sind deine Erinnerungen gespeichert? Nicht die, die du mit anderen teilst, nicht die, die du postest, nicht die, von denen du allen erzählst, sondern die, die du in deinem Kopf hast. Die, die dir helfen, wenn es immer schlecht geht, wenn du gern zurückdenkst, wenn du dich zurückerinnerst. Wie sind die? Und glaub mir eins, das sind nicht die Momente, wo es zack, zack, Foto machen, Insta posten, raus, rein, weiter, sondern das sind die Momente, von denen es vielleicht nicht mal Fotos gibt, wo du vielleicht nicht mal so vielen Menschen erzählt hast, wo du vielleicht auch gar kein neues Land abgehakt hast von der Liste, sondern einfach das, ein Moment, wo du im Hier und Jetzt warst und dich nicht wann oder wo anders hingewünscht hast. Wir müssen jetzt weiter, wir müssen dahin, ich will dahin, ah, ich will jetzt wo dahin, was weiß ich, da möchte ich noch was sehen, das muss ich posten, da muss ich was, ein Foto haben und was gezeigt haben. Denk dran, wie genießt du im Hier und Jetzt, wie kannst du im Leben ja den Wettkampf mitnehmen und ja, der Wettbewerbsgeist, ich finde ihn klasse, ich liebe ihn, ich habe ihn. Nur wie kannst du ihn, sage ich mal, gesund einsetzen, sodass das Leben kein reiner Wettbewerb ist? Denn ganz ehrlich, das Leben kann gar kein Wettbewerb sein. Jeder geht in seinem Tempo. Ich habe das in meinem Burnout festgestellt. Es gibt Menschen, die brauchen Monate und Wochen da rauszukommen. Bei mir waren es nicht mal drei Monate und es war ziemlich, nicht 100 Prozent, aber ich war wieder ziemlich gut hergestellt. Und auch hier, es gibt kein richtig und kein falsch. Es gibt kein schnell und kein langsam. Bei jedem, bei jedem, wirklich bei jeder und bei jedem ist der Weg, den er oder sie geht, genau der Richtige. Und wenn du weißt, was dir gefällt, dann ist es das Richtige. Und wenn du weißt, was dir gut tut, was dir Kraft gibt, langfristig Kraft, nicht nur für den Moment, nicht für ein Like, nicht für die anderen, nicht für irgendwelche egoistischen Dinge wie, ja, ich weiß nicht, ob ich zu oder ab sage oder ich sage mal zu und dann gehe ich da nicht hin. Sondern wirklich nicht nur das Ich im Kopf haben, sondern auch das Wir. Also die Kernfrage, die ich dir mitgeben möchte aus diesem Podcast ist, wie kannst du dich auf dich besinnen? Wie kannst du inneren Frieden finden und dich um dich selbst kümmern, aber ohne dir zu denken, tja und nach mir die Sintflut ist mir völlig egal, was euch passiert. Also wie kannst du beides erreichen, das Ich und das Wir ausgeglichen? Denn wenn du niemanden, wie soll ich sagen, mit niemandem feierst, für niemanden da bist und vielleicht auch mal auf den Geburtstag gehst, wo du schon zugesagt hast und jetzt gerade nicht so Lust hast, aber du erscheinst, denn du bist zuverlässig. Die Menschen wissen, du hast eine, ich nenne das so gerne Handschlagsqualität. Also wenn du eine Hand drauf gibst, im übertragenen Sinne, dann zählt dein Wort. Dann werden genau diese Menschen auch für dich da sein. Und wenn du mal Geburtstag feierst und du möchtest, dass Menschen mit dir feiern, denn nichts ist trauriger, als alleine etwas zu feiern, dann darfst du auch mit anderen feiern, weil sonst wirst auch du irgendwann allein dastehen. Vielleicht kennst du das, so wie man in den Wald hineinruft, so halt es zurück. Und vielleicht dauert es ein paar Monate oder Jahre. Doch denk dran, es geht um das Ich und um das Wir. Und vielleicht habe ich gerade nicht so Lust und vielleicht ist die Anfahrt ein bisschen stressig. Ganz ehrlich, weißt du, wie viele Geburtstage ich schon besucht habe, nur für einen Abend teilweise, wo ich einfach zwei, zweieinhalb Stunden hinfahren musste, weil wir früher zusammengelebt haben und heutzutage jetzt so weit auseinander leben, aber es trotzdem eine enge Freundin ist. Ist das anstrengend? Ja. Ja, aber kreieren wir dadurch gemeinsame Erinnerungen und denken gemeinsam dran zurück. Und genau diese Erinnerungen geben Beziehungen Kraft. Sei es familiären Beziehungen, Liebesbeziehungen, freundschaftlichen Beziehungen oder ohne Erinnerungen oder nur wenn du sie alleine hast. Das ist halt schade, denn dann kannst du nicht mit jemandem sagen, ach, weißt du noch damals oder ach, weißt du noch dies oder das? Nee, das weiß dann niemand mehr, denn du bist ja nicht erschienen oder du saß dann im Endeffekt alleine da. Und genau das wünsche ich dir eben nicht. Doch ich glaube ganz fest daran, wenn du diesen Podcast gerade hörst, dann bist du sehr wahrscheinlich sowieso eine Person, die zuverlässig ist und ja, sich an ihr Wort hält und andere Menschen unterstützt und eben nicht nur nach dem Ich schaut, sondern nach dem Wir schaut. Die Quintessenz also der Aussage oder der Episode heute ist, wie kann ich mich um mein Ich kümmern, aber gleichzeitig auch ums Wir. Was kann ich tun, dass ich, wenn ich vielleicht den Wettbewerbsgeist in mir habe, dass ich den ausleben kann und gleichzeitig auch Momente habe, die ich einfach für mich genießen kann, ohne den Wettbewerb zu sehen. Und wenn es dir so geht, wie mir früher vor dem Burnout, ich habe wirklich in allem, in allem, allem, allem einen Wettbewerb gesehen. Also ich spreche ja schon von so kleinen Dingen wie, ich fahre mit dem Fahrrad den Radweg entlang, mich überhole dein Auto, ich musste schneller sein als das Auto. Also wirklich in allem habe ich einen Wettbewerb gesehen und das hat mich kaputt gemacht. Und mittlerweile gibt es noch einiges, was ich als Wettbewerb sehe, aber bei weitem nicht mehr alles. Und genau das wünsche ich dir, kannst du dich ja mal selbst beobachten. Wie oft ziehst du dich selbst im Wettbewerb mit anderen und sehr wahrscheinlich bist du dein größter Kritiker, gar nicht jemand anders. Und mein Tipp für dich, wenn du vielleicht mal wieder richtig hart mit dir ins Gericht gehst oder wieder einen Wettkampf heraufbeschwerst, der es gar nicht sein müsste, dann überleg doch mal, was würdest du zu deinem besten Freund oder deiner besten Freundin sagen? Ganz ehrlich, ich bin mit mir viel strenger als mit allen meinen liebsten Menschen um mich herum. Und mir hilft das immer wieder zu sagen, also wenn hier Anna das machen würde, dann würde ich mal sagen, ja jetzt komm, chill mal, du bist immer noch richtig gut unterwegs, ist nicht so schlimm, lass mal sein. Mit mir selber würde ich sagen, ja mach das, mach das, mach das. Also ich bin auch nur ein Mensch, doch mit diesem Trick kann ich mich richtig gut und in Schach halten klingt jetzt ein bisschen falsch, aber einfach wieder auf die richtigen und wichtigen Dinge besinnen und dadurch manchmal den Wettkampfgeist rausholen und manchmal auch entspannt durchs Leben gehen. Und mach mal beides, ne? Stress ist ja nicht nur negativ, sondern auch positiv und gibt dir auch den guten Kick und den brauche ich auch immer wieder. In diesem Sinne wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Umsetzen und wenn dir der Podcast gefällt, dann würde ich mich riesig freuen, wenn du mir fünf Sterne hinterlässt, dass auch andere Menschen noch mehr Menschen lernen können, wie sie erfolgreich mit Stress umgehen und ihre eigenen Gedanken vielleicht so verstehen und möglicherweise entwickeln können, dass sie eben innere Ruhe finden. In diesem Sinne nochmal vielen, vielen Dank fürs Zuhören heute. Ich schicke dir liebe Grüße aus Italien beziehungsweise wenn du den Podcast hörst, bin ich schon wieder zurück. Doch ich freue mich schon, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Wir hören uns nächsten Montag wieder. Bis dahin wünsche ich dir eine schöne Woche und vor allem denk dran, Stress ist kein Statussymbol.